Also mein Unternehmen heißt Denkvorgang und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Sie dabei zu unterstützen, das Beste aus Ihrem Arbeitsleben zu machen. Und das beginnt einfach schon da, dass Sie Ihre Selbstorganisation überprüfen, dass Sie sich nur um das Wesentliche tatsächlich kümmern und dass Sie vielleicht sogar auch eine kleine Streichliste führen, ein paar Sachen aus Ihrem Leben, aus Ihrem Arbeitsleben zurück verbannen und sich um die tatsächlichen wichtigen Themen kümmern können.